Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Destruction Derby Arena. Ganz gerne liebe Freunde und ja, beim letzten Mal waren wir halt mit Red Vido angefangen, haben ein bisschen was über sie kennengelernt und haben schon die ersten vier Reden quasi durchgeschafft. Und da machen wir jetzt hier weiter im Anschluss, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Casino rein. Hey, direkt los hier. Jetzt geht mal wieder direkt mit der Action los. So. Willkommen im Casino, wo Destruction Derby der Glücksgöttin mit der Schrotflinte nachhilft, wenn sie die richtigen Karten ausspielen. Das ist eine Rennstrecke, die die Spannung verdoppelt. Die Schrotflinte, ja klar. Hotel Gambling. So, okay, da geht's mal los. Wir haben unseren neuen Boost bekommen beim letzten Mal, jawohl. Und ihr. Und, äh, wow, ja. Oh, da geht's schon wieder geil los. Okay. Ähm, ihr habt auch angemerkt, das ist, was ich tatsächlich auch noch nicht wusste. Boah, Juge, Juge. Mach mal, mach mal locker. Ähm, ach, Mensch, Red Vido, warum rutschst du so? Ähm, dass ihre, dass das Auto von Red Vido tatsächlich sehr stark vorne gepanzert ist, das hab ich auch schon ein bisschen gelernt. Aber, dass der Schwachpunkt hinten ist, das heißt, dass wenn man hinten getroffen wird, dass da direkt nach einem Treffer schon gelb ist oder so. Der Bereich unten links, ne? Und, äh, das ist, äh, das ist, äh, interessant. Das wusste ich nämlich so noch gar nicht. Das könnte spannend werden, wenn wir gleich in der Zerstörungsarena sind, irgendwann. So, ähm, hier. Haha, meine Güte. Boah, so. Wir sind immer noch 13. aber haben schon, für die Autos einfach umfliegen. Haben schon 22.000 Punkte. Das ist natürlich, äh, schon nice. Ja, schon nice. Ähm, bam. Crane fliegt einfach mal durchs halbe Spielfeld. Auch gut. Pergutur, ganz wichtig. Und da müssen wir jetzt, äh, vorne David Ford schon einholen. Boah. Selbst Johnson fliegt wie ein, wie ein Ballon hier durch, ey. Meine Güte. Haha, ist das geil. Barriers Lever. Einfach durchflügen hier. Äh, das finde ich nicht. Aber okay. Äh, kein Unfall muss passieren. Aber okay. Punkt. Wir müssen David Ford schon endlich mal kriegen. Was ist denn mit ihm? Da vorne ist der. So ein Schild. Da ist er. Jawohl. Okay. Das heißt, wir können warten. Beziehungsweise, da ist doch schon die Mariah wieder. Mariah. So. Weg mit dir. So. Und da ist wieder David Ford schon als erstes. Warte, mach mal wieder kurz. Kratzen. So. Und. Mensch, Junge. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wartet mal. Ich glaube, wir können auch bei Audio. Sound. Die Sprach. Die Kommentator-Lautstärke können wir nach oben drehen. So. Äh. Jo. Das heißt, dass man da die Kommentare besser versteht. Boah. Ha 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 ha. Wir haben das Set gekillt. Ja, das ist dann sein Dank, dass wir ihm da die Autodeile verschafft haben. Ne? Wir sind in der letzten Runde auf dem Weg zu einem explosiven Finish. Oh ja, das wird definitiv explosiv. Weil wir haben schon 450.000 Punkte. Oh mein Gott. Verdammt. Aua. Das stimmt. Vor allem, was wir da in der Geschichte gelesen haben. So. Ähm. Gut. Äh, Crane. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Ich will erster werden. Aber es ist eigentlich egal. Wir haben die Punkte. Aber hier haben wir. So. Und? Willst du mich auch verlassen? Ha ha ha. Wer will dich verlassen? Du bist schon verlassen worden. So. Ah. Lass mich in Ruhe. Jawohl. Und wir haben es. Oh, nice. Okay. Wunderbar. Es geht schon wieder perfekt los hier. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. 66.000 Punkte. Yo. Geil. Okay. Wieder 22.000 Punkte Vorsprung gehabt. Und ja. Dann würde ich sagen, geht es weiter in den Hafen. Alles klar. Lady Cassandra. Sehr sexy. Ein herrlicher Tag für eine Kreuzfahrt. Über die Destruction Derby Hafenrennstrecke. Aber meiden Sie die Docks. Sonst werden Sie noch verladen. Pff. Okay. Machen wir. Na wobei. Wir müssen ja dran vorbeifahren. Okay. Ah. Buh 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 buh. Oh. Leute. Macht mal locker. Macht mal ruhig hier. So. Cadence. Ei ei ei. Ah. Der Wagen ist doch sehr rutschig. Ne. Später. Das waren Franzose. Und hier. Da war. Victim. Rakete. Ja. Stimmt. Ah. Das ist ja die Strecke mit dem Schiff. Ja. Okay. Wow. 10.000 Punkte. Das reicht nie im Leben. Aber hey. So. Und hier. Energieboost. Und. Wo bleibt das Schiff? Da kommt es. Das Schiff. Und der macht wieder denselben Fehler. Okay. Bam. So. Das war David Ford schon. So. Ah nice. Okay. Hier. Flugzeuge. Zack. So. Ah. Das macht so Spaß. Heute. Das macht richtig Spaß. Da sind wir schon wieder dritter. Das zweiter. Jo. Alles klar. Da ganz vorne ist. Set. Ist das Set? Wer ist da ganz vorne? Ah nee. Da bist du wieder die gelbe. Ja. Oder wie die heißt. So. Es ist Yana Makusha. Okay. Ah komm schon. Was ist die schnell? Kein Wunder das die erste ist. Nein. Ich erfasse. Okay. Beerdigung. Beerdigung. Oh. Oh. Einfach mal reinfahren. So. Jerry Beyer. Gut. Du hast dein. Äh. Du hast deine Lähmung nicht mehr. Das ist gut. Boom. Boom. Tschüss Johnson. Sie droht. Sie droht. Und hier. Jawohl. Das war schön. Und jawohl. Die rote Winde. Ach guck mal. Die können wir sogar killen. Na schade. Okay. Oder auch nicht. Aber es läuft gut. 35.000 Punkte. Jo. Explosive Finish. Schon die letzte Runde. Oha. Okay. Das heißt wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Och. Oh. Ey. Die Anna Makucha ist aber ganz schön flott unterwegs. Muss man sagen. So. Vierter schon. Oha. Das heißt wir brauchen die Rakete. So. Herrlich. Ja. Das finde ich auch. Da ganz vorne ist wieder Set. Set ist erster. Was? Doch. Oder? Ah. Wir werden zweiter werden. Oh. Verdammt. Ich hoffe dass wir zweiter werden. Oh. Leute. Was macht ihr hier mit mir? Vierter. Es wird auf dem vierten Platz hinauslaufen. Ah. Okay. Schade. Aber. Es reicht. 43.000 Punkte. Es reicht. Oh. Oh. Nur dritter. Tatsächlich. Ah ja. Anna Makucha ist klar. Set auch. Okay. Ja. Gut. Egal. Wir sind immer noch mit 40.000 Punkten und Front. Ja. Warum denn nicht? So. Ähm. Bup. 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 So. Dann geht es mal weiter hier. So. South Central. Wir rasen ja hier durch. Das ist wirklich. Das geht schnell. Oh. Marco. Okay. Okay. Alles klar. Sieht aus als wäre South Central reif für einen weiteren Aufruhr. Destruction Derby kommt. Sie können darauf wetten, dass hier niemand für die Fensterputzer anhält. Yo. Destruction Derby kommt. Yo. Alles klar. Typischer Beringer. So. Los geht's. Alles klar hier. Kriegen wir den Reifen? Schade. Okay. Egal. Ja. Vorbeigefahren. Okay. Das kann ich mir auch vorstellen. So. Ach. Verdammt nochmal. Und hier. Rakete. Rakete. Ich finde das so geil. So. Und hier. Und Reifen. Und dann los. Los geht's. Marco. Oh nee. Nicht so schnell. Hast du noch nie was von Vorspiel gehört? Doch. Aber nicht bei dir. So. Ähm. Okay. Ach. Komm schon. Komm schon. Jawoll. Schön viele Punkte. Schön viele Punkte. Ja. Sehr gut. Und aktivieren und Rakete. Und wir sind Erste. Aber wir sind wieder auf dem Boden. So. Oh ja. Äh. So. Nein, 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 nein. Nicht das Nehmen. Bitte. Ich brauch mal ne Heilung. Jo. Oh, ich brauch definitiv ne Heilung. Oh shit. Oh shit. Ähm. Ich mein, selbst wenn wir platzen. Äh. Das wär noch okay. Aber. So. Man möchte nicht platzen. Wir sind letztes Mal schon geplatzt. So. Holy shit. 50.000 Punkte. Wow. Ordentlich. Aouch. Schild. Ja gut. Aber wir nehmen direkt den Reifen wieder. die Pastung, wie sie es hier nennen. Und hier und nach. Verdammt. Schade. Ah gut. Explosive. Finish. Und wir sind schon wieder am Qualmen. Was ist denn? Die Seiten. Ja. Die Seiten. Die sind immer so ein bisschen die Schwachstelle. Nach vorne ist halt extrem gepanzert. Ne. Das ist schon. Schon ordentlich. Ah. Was war das denn? Warum? Da ist Marco. Da ist Marco. Ui. Erster. Erster sogar. Ja. Er versucht es wieder. Nicht mit mir. Oh shit. Doch mit mir. Ach verdammt. Oh. 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 Wir haben doch noch Marco überholt. Okay. Aber 61.000 Punkte ist schon heftig. Puh. Mariah ist erste geworden. Aber ey. Passt schon. Ja. Das haben wir fast gewonnen. Also mit 80.000 Punkte. Wir können eigentlich das nächste Rennen auslassen. Fast. Aber nein. Redline tatsächlich. Äh. Äh. Vernichtungsarena. Was mir sehr gut gefällt. Es wird heute eine kurze Folge. Dieser spektakuläre Wettkampf in einem Kessel führt Sie in das Zentrum unserer Leidenschaft. Den Motor. Wenn Sie jemals den Wunsch verspürt haben, sich von Kolben zu breit zerquetschen zu lassen, sind Sie hier genau richtig. Bei Redline bekommt ein Zündfunke eine völlig neue Bedeutung. Drei. Drei. Ne. Ich will nicht zerquetscht werden. Sorry. Äh. Okay. Dann geht's mal los. Energieboost hier. So. Jetzt bitte mal ein paar mehr Leute in die Abgründe hauen hier. Mensch nochmal. Genau so. Oh nein. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Diana Maguja hat's eben richtig gemacht. Und hier und... Ach Mann. Die Sound-Sage. So. Ähm. Okay. Jetzt aber. Komm, wiegt den. Jawoll. Hä? Warum nicht? Ich hab den ganz klar runtergeschubst. So. Der ist aber unten. So. Ja, da ist unser erster Kill. So. Beziehungsweise der erste Flatliner. Es ist ja... Keine wirklicher Kill. Aber... So. Da ist noch Eier. Aber sehr schön. Wo muss das sein? Und... Bäm. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ah, das macht schon Bock, ja. Ach, der Franzose holt uns ein. Okay. Er hier. Der holt uns gerade ein. Süßere Schmerz. Ja, alles klar. So. Und tschüss. 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 Hier die beiden. So. Okay. Äh, Aua. Oh. Ach, nö. Komm, fahr doch. Äh. So. Und... Uiuiuiuiui. Boah. Wow. Knapp. Okay. Egal. Ähm. Alles gut noch. Wow. Was macht der? Ach, der wird schon gekillt. Der Franzose. Okay. Ähm. Meine. Ach, verdammt. Er rutscht sogar runter. Jawoll. Sehr gut. Ähm. So, dann holt ihr mal die Heilung. Und. Bang. Linien. Oh. Ey. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn versuchen hier? Mensch. Aber hey, wir haben ein paar gekillt. Das ist gut. Und, ähm. Oh. Ja, eigentlich haben wir noch voll fett Zeit, ne? Das heißt, ich würde einfach weiter machen, dann. Ja. Jo, Yin-Yang. Alles klar. Danke für den Free-Kill. Und hier. Oh. Shit. Boah. Okay. Aber ey. So, Toffee. Wunderschiss. Weg dir. So. Ähm. Und jawoll. Das geht auch weg. Jo. Aber hey. Selber runtergefallen, aber dafür zwei Kills gekriegt. Ich meine, warum denn nicht? So. Und. Jawoll. Boah. Wir sind schon bei 100.000 Punkten. Nee. Nicht schlecht. Und. Ah, Cadence ist auch ein harter, harter Typ. Boah. Der hat nämlich auch ein sehr stark gepanzertes Auto. Okay. Okay. Und Johnson, kriegen wir den vielleicht sogar endgültig gekillt? Oh. Die Kommentare. Ah, schade. Den Krieg war nicht so ganz. Ah. Okay. Und. Oh. Schon wieder Set gekillt. Wow. Ich kille irgendwie immer Set. Und hier. Ah, nein. Nein, nein, nein. Uh. Glück gehabt. Schweige gehabt. So. Ähm. Und dann hier. Giftiger Angriff. So. Und Tschüss. So. Wunderbar. Und. Ach, schade. Eieieieieiei. So. Und dann hier. Ach, schade. Schade. Wo ist denn die Heilung? Da vorne ist die. Äh. So. So. Ah, mal ein paar Stunts. Wow. Na, schade. Hat nicht geklappt. Johnson ist noch fast voll. Alles klar. Das hat sich ein bisschen komischer gehört. Aber okay. Ähm. Ja. Yo. Yo, alles klar. Yo. Eieieiei. Victim. Dieser Name Victim einfach. Einfach heißt er einfach Opfer. Na ja, gut. Egal. Ähm. Und hier. Und. Yo. Am Ende nochmal einen geilen Stunt gemacht. So. Ähm. Yo. Guck dich, dass er so doppelt so viele Punkte. Ja. Okay. 140.000 Punkte mehr. Das ist schon krass, ja. So. Unsere neuen Autoteile. Mit Raketentriebwerk hinten dran. Jawohl. Okay. Ja, wisst ihr wat. Wir haben eigentlich noch 10 Minuten. Wir machen die nächste Weiserschaft einfach. Einfach zwei hintereinander. Weil es läuft gerade so schön. Von daher. An der Konstruktion kann der Beginn einer Karriere sein. Oder ihr Ende. Für einen Sieg müssen sie schnell fahren und noch schneller reagieren. Nur Fahrer mit Nerven aus Stahl kommen hier auf ihre Kosten. Nerven aus Stahl. Ja. Die braucht man wirklich. Aber. Vor allem wenn man so einen Raketentriebwerk hinten dran hat. Wow. Okay. Ähm. Yo. Wow. Schau dir das an wie Lady Cassandra. Lady Cassandra mittlerweile rumfliegt mit unserem Auto. Das ist wirklich heftig. Wow. Da war schon Big Tim. Äh. Kriegen wir das hin, dass wir hier die Box kriegen? Ja. Kriegen wir. Boah. Dieses Raketentriebwerk. Wow ey. Boah. Richtig krass. Ja. Das Raketentriebwerk. Oh Mann. Ja. Geil. Okay. Ähm. Yo. Einfach drüber. Einfach irgendwie drüber. So. David Ford schon. Und den kriegen wir gekillt. Geil. Danke. Autsch. Oh nein. Puh. Okay. Das haben wir nochmal gerettet. So. 40.000 Punkte nach einer Runde. Ja mein Gott. Das haben wir ja jetzt schon gewonnen. Ach. Danke Crane. 666 auf dem Auto. Alter Schwede. Ja. Ja die Seiten. Die sind hier so ein bisschen empfindlich bei dem Auto. Die Türen quasi. Okay. Energie boost. So. Autsch. Ja. Die Spinne wurde zerquetscht. Aua. Aber wir rutschen weiter. Das ist okay so. Ähm. Yo. Okay. Und dann. Ah. So. Da müssen wir jetzt aber bitte mal die Heilung kriegen. Perfekt. Oh da ist schon wieder Jana Makutscher schon wieder am Start. Okay. Ja jetzt übertreiben wir nicht. Uns geht es noch relativ gut. Zumindest vorne. Wir haben noch die Abdeckung vorne dran. Alles okay. Ähm. Wow. Die Rakete. Yo. Aber. Wir haben die Heilung gekriegt. Wunderbar. So. So muss das sein. Mach ich auch nicht. Wer achtet schon auf dich. So. Ähm. Jawohl. Danke fürs Lähmen. Das war sehr gut Danny. Sehr gut. Dankeschön. So werden wir nämlich erster. Mit 59.000 Punkten. Ja. Wie ist es locker in Führung. Guck ich das an. Reicht. Reicht. Und. Juust. Und schön. Ja durch. Sehr schön. Sehr geil. Okay. 60.000 Punkte. Tatsächlich. Aha. Locker. Aber nicht viel. 9.000 Punkte. Nur Feierenden. Gut schon. Okay. Ja. Dann geht es mal weiter auf unsere Heimstrecke. China não take 2. So sehen wir aus. Ja. Willkommen beim zweiten Streich in Chinatown. Dieses Mal meldet der Wetterbericht aufkommende Beton- und Stahlschauer. Also aufgepasst! Nicht nur Ihre Gegner wollen Sie zerstören. Zerstören. Red Vido, ja, da sind wir doch. Aufkommende Stahlschauer. Das ist gut. So, da müssten wir jetzt hier ja eigentlich voll dominieren. Weil das ja unsere Strecke ist. Marco hat sich die Rakete geklaut. Der Sack. Null Punkte zwar, aber... Bub, bub, bub. Bub, bub, bub. Ja, okay. Marco! Ja! Das sollte dich erstmal ein bisschen... ein bisschen ausbremsen. Ja, okay. Da ist er schon wieder. Ich warte einfach mal. Wenn ich erster bin, warte ich einfach auf die anderen. Ähm... BANN! Und kein... Oh, fuck. Verdammt. Das Race-Style ist gar nicht dieses Karussell, oder was das ist. Na, komm schon. Bub, 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 bub. Ooooooooh, Mensch! Hallo! So. Die Sau hat mich gelähmt. Der Sack, ey. So, Johnson kann ruhig auch weg. Irgendwie kriege ich keine Punkte. Was soll das? So, jetzt aber... Boah! Ja, bist du. Du bist mir im Weg, aber richtig. So. Wo fährt der denn hin? Ach, der fährt um drüber. So. Okay, auch gut. Na, Marco wieder. Na, das ist geil, da guck mal. Das sieht geil aus. Okay, äh... Gegen den Pfosten wollte ich jetzt nicht unbedingt fahren. Und ihr und... So. Alle aus dem Weg geräumt einfach. Einfach zack, weg. So. Und... Jo, klau mir noch die Heilung, Pedder. So, ähm... Jo. Energie, bub. Und... Ähm... Dedikassan, Raio. So, und... Oh, David Ford schon ist jetzt vorne, okay. Eieieiei. Äh... Wo ist der... Der Reifen? Na, schade. Das Ding, das sieht geil aus. So, ähm... Oh, letzte Runde schon. Oh, krass. Aber wir müssen jetzt eigentlich, äh... Voll die Punkte machen. Dass wir auf unserer... Auf unserer Heimstrecke so... So Schwierigkeiten haben, das ist schon bemerkenswert, ja. Ähm... Aber gut. Jo. So, es ist wie im Fußball. Das Heimteam... Gegen das Heimteam wird... Bis man immer stets motiviert. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich sogar nicht, äh... Platze. Oha. Oh shit. Oh Gott. Äh... Ja. Hastung... Und Erster, so wie es sich gehört. Oh, jo. Okay. Aber ich bezweifle, dass wir mehr Punkte haben, als die anderen. Wir sind auf unserer Heimstrecke nur vierter geworden. David Fortune, naja. Okay. Boop, boop, boop. Okay, aber wir sind immer noch gut. 20 Punkte, 1000 Punkte vorne. Das ist gut. So, dann springt wir direkt rein in die Refinery. In die Raffinerie bei Danny Brennan. Bei dem Deutschen. In der Raffinerie pulsiert das Blut von Destruction Derby. Öl. In Metten der Tanks und Pipelines finden Sie sowohl rutschige als auch knallharte Action. Der richtige Ort für einen raffinierten Fahrstil. Höhöhöhöh. Schenkelklopfer. Aber der war gut. Ein raffinierter. Ja, okay. Der war gut. Der ist schon nicht schlecht. So, dann machen wir hier eine Rolle. Äh, so. Was für ein Barrelroll. Barrelroll. Jawohl. So, dann geht's mal weiter. Äh, hier Reifen. Oh, ah, genau die Geschichte war das. Ja. Ähm, wartet mal. Ach. Was für eine Fackel. So, hier und bam. 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 So. Schön Punkte geholt hier. Ein giftiger Angriff. So muss das sein. So, und hat hier und hier rein. Yo. Alles klar. Das Ende der Welt. So. Und hier und noch mal eine Rolle. Oho. Okay. Alles klar. Das war nicht so gut. Selber Schwächling. Was ist mit dir, Junge? So. Boop, boop. Boop, 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 boop. Ah, da ist er doch, Daddy. Yo. Ähm. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht platze. Guck mal links. Das ist, äh, ja uncool, wie das da aussieht. Links ist komplett kaputt. Äh, okay. Yo. Alles klar. Yo. Gib mir den Reifen. Und hier einmal. Yo. Yo. Großer Barrel Roll. Aua. Was? Reiche Schlampe? Was hat die gesagt? Reiche Schlampe? Och. Aua. Wow. Ich brauche die Heilung. Danke. Okay, Danny. Yo. Das sieht geil aus hier. Yo. So. Spatzenhirn. 142.000 Punkte. Und das auf einer Rennstrecke. Was geht nicht hier ab? Ja, das stimmt. 142.000 Punkte. Neuer Rekord. Neuer privater Rekord auch bei mir. Für ein Rennen? 144.000 Punkte? Wo habe ich die her? Äh. Wow. Okay, das ist krass. Wir müssen Positionen aufholen jetzt. Ja. Ich will nicht wissen, wo du heute Mittag warst. Äh. 100. Alter. 146.000 Punkte. Was ist denn hier los? Wow. Okay. Ach, verdammt. Jo. Okay, okay. Ah, da klingelt meine Uhr tatsächlich. Aber. Ja. Den Meisterschaftsabschnitt machen wir jetzt noch. Das kann gut sein, ja. So. Und schön rein. Und jawoll. So. Meine Güte. 152.000 Punkte. Das habe ich noch. Ich war noch nie über 100. In einem Rennen. Also eigentlich kann man das nächste dann echt überspringen. Wir können nicht mehr verlieren. Aber wir fahren es einfach dem Spaßes halber. 150. Okay, krass. Boah, Kegels. Schaue ich dir hin an. Willkommen bei Titan. Vielleicht die spektakulärste Arena der Kessel-Arenen. Ihre Schönheit ist so trögerisch. Wie die einer Göttin, die die Unvorsichtigen blendet, um sie in ihr Verderben zu locken. Um sie in ihr Verderben zu locken. Sehr episch. So. Chill, 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 chill. Ach, verdammt. Ich meine, wir können es jetzt eigentlich ruhig angehen lassen, ne. Aber ich möchte halt... Ich habe halt Bock auf Crash hier. So. Dumm-di-dum. So sehe ich das auch. So. Und kriegen wir die Heilung? Ah, nee. Irgend so ein Penner hat uns die wieder geklaut hier. So unhöflich die Leute. Mensch. So. Ich meine, wie gesagt... Plastische Chirurgen. Wie sie Rennen so interessiert verfolgen. Plastische Chirurgen. Wir können eigentlich ruhig machen. Selbst wenn wir platzen. Ich glaube, dann haben wir trotzdem die Meisterschaft gewonnen. Aber wir wollen natürlich nicht platzen. Yo. Wir wollen natürlich unsere beste Leistung zeigen hier. Yo, ich auch nicht. Wie ihr seht. Ich bin schon bei 40.000 Punkte, ey. Meine Güte. Und... Jawohl. Da lacht er einfach nur. Der Sack. So. Yo. Marco wurde gekillt. Okay. Von Seth. Jawohl. Jawohl. Ist die Hölle auf die Erde. Und nochmal die Reparatur holen hier. Ach, verdammt. Mehr glaube ich nicht. Ich glaube... Du brauchst Mund-zu-Mund-Beatmung. So. Der war gut. So. Dann gehen wir mal weiter. Zack. Jo. Schrei. Ah ja. Klau mir noch die... Das war aber mein Fehler. Das war tatsächlich mein Fehler. Das war geil gerade. Du brauchst Mund-zu-Mund-Beatmung. Zack. Tot. Ja. So. Ähm. Wo bleibt die Heilung? Ah, da ist sie doch. Da ist sie doch die Heilung. Nein. Du Sack, ey. Echt. Crane wieder hier. Verdammt mal. Oh, noch einer geklaut. Huh? Wir sind nicht mehr in Führung? Wie? Wie jetzt? Okay. Äh. Das heißt, wir müssen wieder was tun. Ja. Okay. Dann. Zack. Da. Cassandra killen wir mal an Anfang. Ah. Nee. Crane. Ach, er. Okay. Mit dem werde ich die nächste Meisterschaft spielen. Reparieren. So. Na gut. Zack. Ja, mache ich doch. Aber ich will halt auch gewinnen. Nur deswegen. Äh. Da. Bob, 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 Bob. Die so gut geämpft. So. Und hier. Ah. So. 90.000 Punkte fast. Jetzt müssten wir eigentlich führen. Ja. Wir führen auch. Und schön da. Ah. Verdammt. Schade. So. Ähm. Dann hier. Wie sie alle hoch springen. Es ist so krass. Wie sie einfach alle hoch fliegen. Wenn wir die rammen. Yo. Das kannst du ja versuchen. Kannst du ja echt versuchen. So. Was? He. Was wollte der sagen? Keine Ahnung. So. Und. Geile Abkürzung. So. Und hier. Und. Und. Brennen war das. Genau. Brennen. Daddy Braden. Ach. Mensch. Cranklock. Uns immer die Items hier. Ach. Da ist doch Canvas da. Da ist doch Canvas. Alles. Na gut. Was? Du bist voll? Ach. Yo. Wenn etwas passiert. Ja. Auch. Ach. Egal. Oh. Hallo. Könnt ihr erst mal mir die Pillen hier geben? Ja. Danke. Die Pillen. Ja. Medikamente. Was auch immer da drin ist. Reparatur. Oder ja. Werkstatt. Ne. Auto halt. Okay. Äh. Alles klar. Und. Yo. Ja. Weiß ich nicht. So. Äh. 117. Oh. Wir sind vorbei schon. Ach. Krass. Aber selbst das haben wir gewonnen. Wenn auch knapp. Tatsächlich. 11.000 Punkte. Aber. Alles in allem. Ja. Guckt euch das an. 160.000 Punkte. Farber Raya. Läuft würde ich sagen. Läuft. Gute Arbeit. Weiter. So viel vorne drauf. Okay. Alles klar. Und wieder dieser fette Boost hinten. Okay. Ähm. Ja. Freunde. Dann haben wir heute noch richtig viel geschafft. Haben zwei Meisterschaftsabschnitte gemacht. Und ja. Es geht halt so. Richtig gut mit Red Vido. Deswegen. Äh. 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 Sind wir da sehr gut vorangekommen. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Daher würde mich sehr freuen. Dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weiter in den letzten Meisterschaftsabschnitt sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen. Wollt ihr euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne. Tschüss. Tschüss.